Der KinoCast Alles klar, kann losgehen. Ja. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung vom KinoCast. Neue Episode am Start. Hallo Kate. Hallo Erik. Hallo Chris. Hallo Erik. Ja, ich bin der Erik. Hallo. Ja, wir haben jede Menge Filme diesmal. Also jetzt Kino geht ja wieder los, wunderbar. Der Chris war auch in der Sneak Preview und hat da nagelneuen Filmen mitgebracht, von denen ich noch nie irgendwas gehört habe. Ich bin sehr gespannt, was er davon erzählt. Echt, du hast noch nie was von Sensor gehört? Ich habe, während du im Kino warst, von dir ein paar Nachrichten bekommen, dass der wohl schockierend gewesen sein muss. Ja, relativ. Also es ist ein ziemliches Durcheinander in diesem Film. Und zwar, wir sind erstmal im Jahr 1985. Die Älteren unter uns werden sich erinnern. Und wir lernen kennen eine nette Dame mit dem schönen Namen Enid, Enid Baines, gespielt von Niam Algar. Niam Algar, eine irische Schauspielerin, die man, jetzt eine gute Frage, in Cash Truck spielt sie auch mit. Der kommt doch mal. Der jetzt erst demnächst ins Kino kommt, genau. Da werden wir es auf jeden Fall wiedersehen. Und Enid arbeitet in England bei der Behörde, die Videokassetten zensiert. Das heißt, sie... Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften. Ja, so in etwa, so in etwa. Auf jeden Fall ist sie dafür zuständig, für diese Filmzensuren, daher auch der Name Zensor, und schaut dementsprechend relativ... Oder... Entschuldigung. Die harteste Kost sozusagen. Ja, wirklich die harteste Kost. Also vom kompletten Splatter-Scheiß bis zu brutalen Vergewaltigungen. Kopf abhacken, Gliedermaßen abhacken, was weiß ich was. Und Blut gespritzt und ist dafür zuständig, einfach zu sagen, okay, der Film wird da und da geschnitten, das wird da und da geschnitten, das darf gar nicht veröffentlicht werden und so weiter und so fort. Ganz arg viel HSV-Kassetten. VHS-Kassetten. Wer kennt sie nicht? Die HSV-Kassetten. Zweitklassig und griechend nachfisch. Und... Ja, die gute Inid hat... Kleinste Power-High-Elf-Flaschen. Die Inid hat allerdings noch einen kleinen Background und zwar, als sie jung war, ist ihre etwas ältere Schwester verschwunden. Und das ist was, was sie immer noch mit sich rumschleppt, weil sie fest davon überzeugt ist, dass sie noch lebt und dass sie die auch wiederfinden wird. Und eines Tages kommen dann ihre Eltern und sagen, hey, hier sind die offiziellen Dokumente, wir stellen jetzt die Suche ein, weil wir glauben einfach echt nicht mehr dran. Was sie natürlich in ihrem Schaffen und in ihrem allem noch mehr erschüttert. Dazu kommt dann auch noch, dass ein brutaler Mord in London, glaube ich, oder auf jeden Fall in ihrer Nähe stattfindet. Und dabei heißt es, bezieht sich der Täter, bezieht sich auf einen Film, den sie eigentlich zur Zensur vorliegen hatte. Und dann ist natürlich so dieses, okay, haben wir da was übersehen, ist uns da was raus, tragen wir eine Mitschuld an diesem brutalen Mord. So weit nichts Ungewöhnliches, nur Enid hat, um das mal nett zu sagen, auch einen gewaltigen Sparren irgendwie, weil die ganze Sache mit ihrer Schwester, mit ihrer kleinen Schwester, die vor 20 Jahren weggekommen ist, die hat sie mehr mitgenommen, als sie sich wohl eingesteht. Sie will ja auch immer noch die finden und meint dann in einem Film ihre Schwester wiederzuerkennen. Das hätte ich eher gedacht, dass sowas passiert. als diese andere Geschichte da, dass sie irgendeinen Snuff-Clip hat und sie da, wie ihre Schwester irgendwie massakriert wird. Ja, ja auch. Und sie macht sich dann quasi auch auf den Weg zum Set, also lernt noch den Produzenten und alles dazu auch kennen. Und das ist alles so ein bisschen arg zwielichtig, die Gestalten, mit denen sie zu tun hat. Und der Film verschwimmt immer mehr zwischen dem wirklichen Sein und der Filmwelt. Und das macht diesen Film so wirklich so, ja, gruselig irgendwo. Weil du nicht mehr genau weißt, was ist jetzt wahr, was bildet sie sich ein, was findet wirklich statt, was ist doch Film. Und dann aber, was sehr, sehr cool gemacht ist, sind, du kannst dich am Anfang noch ein bisschen daran festhalten, daran zu sagen, okay, reale Sachen sind noch in 16 zu 9, die Filmsachen sind in 4 zu 3 und griselig. Aber es verschwimmt halt immer mehr. Es wird dann plötzlich auch das 16 zu 9 griselig und alles. Also es wird, es ist ganz, ganz, ganz cool gemacht und zwar auf so einer ganz arg fiesen Ebene, die so ein bisschen Mindfuck macht mit einem. Und am Ende steht sie dann quasi, also nicht ganz am Ende, wie das wirklich ausgeht, sage ich natürlich nicht, aber am Ende steht sie da vor der Schauspielerin, wo sie denkt, dass es ihre Schwester ist. Und was dann passiert, das könnt ihr im Kino sehen. Clickbait. Das, das kann man dann sehen, wie es dann noch weitergeht und in welche Richtung sich das dann noch bewegt. Ist auf jeden Fall für mich ein Film, also es gibt 2, 3 Szenen, da war das Kino kurzzeitig komplett wach. Weil wenn zum Beispiel aus dem Nichts heraus jemand ganz laut schreit und du überhaupt nicht damit rechnest, das, das, da bist du doch mal so, okay, vielen Dank dafür. 84 Minuten dauert der Film, das ist super knackig, das passt auch, weil der hat sowohl seine langsamen Szenen als auch eben dieses Splattery Game und wo man eben allerdings als Zuschauer beim Zuschauen dabei ist. Und ja, das sind so diese ganzen Ebenen, die der Film anbietet, die eigentlich am Anfang klar sind, sind, je länger der Film dauert, völlig unklar. Und du läufst raus, also ich bin rausgelaufen aus dem Film und hatte ein echt mulmiges Gefühl irgendwie. Also es war nicht alles so, ja, cool und ja, netter Horrorfilm, sondern es war schon weniger auf Schreckelemente, auch wenn ich gerade gesagt habe, man wacht dabei auf wieder, als auf wirklich so, ja, Mindfuck-Horrorer. Und das ist halt richtig fies. Ja, das klingt doch eher so ein bisschen kunstvoll oder sowas wie so ein Arthouse-Horrorfilm. Das war einer der Kommentare in der Facebook-Gruppe, war ja auch, ist das Kunst oder kann das weg? Ja, ist es. Also es kann weg? Nein, es ist kunstvoll und hat einfach, es ist ein ganz, ganz spezieller Film. Es ist nicht für jeden was. Ich denke, ich kenne hier jemanden in der Runde, die sollte den Film auf jeden Fall anschauen, weil die könnte damit wirklich was anfangen, der könnte ihr wirklich gefallen. Ich glaube, Erik, du fändest ihn eher langweilig und ja, strange. Ja, und so ging es mir am Ende eben auch. Gab es auch mal so einen Film mit Nicolas Cage, 8mm oder so, wo der auch in ein bisschen Snuff-Clips da irgendwie, da kriegt die Story nicht mehr zusammen. Ist ja noch mal was anderes, aber wie gesagt, ist so, ich weiß auch nicht, du kommst raus aus dem Ding und denkst dir, scheiß die Wand an, hey, was ist echt, was ist Fiktion und ja. Man sieht schon an deiner Wertung, dass du noch nicht genau weißt, wohin das Pendel schlägt hier. Ja, ich bin so da so ein bisschen unschlüssig. Deswegen habe ich mich auch in die Mitte gesetzt mit fünf Punkten. Wie sieht es in der Rest der Gruppe aus? Das wäre echt schwer zu sagen. Also ich würde echt sagen, einfach selbst anschauen und ein Bild davon machen, weil es schon ein Stück Kunst ist, aber halt durchaus gut gemacht, die gut gemachte Kunst, die einfach, ja, hier jetzt in der Gruppe zwischen zwei und neun Punkten pendelt. Ja, ich wollte gerade sagen, also in der Gruppe ist die Range also von zwei bis neun alles vertreten. Also das scheint irgendwie, ja, sehr gemischte Rezeptionen gehabt zu haben. Also ihr könnt da selber schauen, Gloria Sneak Stuttgart heißt jetzt die Gruppe, seitdem die Sneak umgezogen ist, also nicht mehr Metropol Sneak. Wenn ihr schon da Mitglied wart, dann hat sich nichts geändert. Dann kommt ihr da genauso hin. Wenn ihr noch Mitglied werden möchtet oder einfach mal schauen möchtet, was hier so lief, da stehen ja auch immer so Tipps drin oder was so die Leute geschrieben haben zu den Sneaks. Gloria Sneak Stuttgart ist eure Anlaufstelle auf Facebook. Ja, schwieriges Ding. Vielleicht, also wenn das dann irgendwann mal so frei verfügbar auf Sky oder so läuft, dann gucke ich da mal rein, wenn ich mir den bis dahin irgendwie gemerkt habe. Sensor, Sensor. Ja. Ja. Aber hatten die überhaupt in England so eine richtige, ach doch, stimmt, ich kann mich erinnern, also es gab ja damals so, wo du Videokassetten VHS irgendwo bestellt hast aus dem Ausland, da gab es halt manche Sachen, da haben sich halt die anderen dafür interessiert, die es bei uns gab, weil bei uns Sachen nicht geschnitten wurden und umgekehrt. Ja, genau. Gab es zum Beispiel sehr viele aus den USA, die haben sich in Deutschland und Europa haben sich Basic Instinct gekauft, weil da viele Sachen noch drin waren, die bei denen gefehlt haben, wegen Nacktheit. Und England, wenn ich mich recht erinnere, die haben sehr gern brennende Personen rausgeschnitten. Das war dann immer, wenn irgendjemand gebrannt hat oder so im Film, das macht die gar nicht, das musste dann zensiert werden. Naja, also du gibst fünf Punkte, Sensor, und wie schaut der Tipp aus für die kommende Sneak im Gloria Stuttgart? Der Tipp für morgen quasi, für die Sneak 1068, lautet du, ich und er. Ist das nicht mit Jim Carrey? Da sind auch schon Tipps eingegangen. Nächstlich du und der andere. Da sind schon Tipps eingegangen, unter anderem wurde getippt The Conjuring 3. Dann habe ich getippt Sommer 85. Es wurde getippt Killers Bodyguards 2. Und Erik seinen Tipp finde ich am interessantesten Free Guy. Ja. Kann sein, ne? Aber was mich gerade wundert, Sommer 85 war dein Film, Chris, war auch gerade 85. Es scheint jetzt so das neue Ding zu sein, oder? Die 90er sind vorbei. Jetzt gucken wir noch ein Jahrzehnt zurück. Ja, spannend. Also wer kommen möchte, das ist jetzt 20.30 Uhr immer, ne? Die Sneak, oder? Ja. 20.30 Uhr. Das ist super angenehm. Ja. Also jede Minute eher als Montagabend wahrscheinlich nicht verkehrt. Bin ja mal gespannt, wann der Erik dann auch mal wieder dabei ist. Ja, wenn ich dann zweifach geimpft bin und zwei Wochen danach, also wir reden da von Anfang August. Ja, also wer kommen möchte, wie sind die Regularien? Vorher anmelden oder einfach kommen und Tests mitbringen oder geimpft sein? Oder wie ist das? Auf jeden Fall, die 3G-Nachweise dabei haben und einloggen mit der Corona-Warn-App oder Luca-App. Also muss ich nicht vorher reservieren oder so? Nö. Also du kannst ja nur Tickets gerade kaufen. Also aktuell kann man eh nur kaufen, deswegen... Okay. Also entweder vorher Ticket kaufen, online hingehen, sparsam, oder halt hinkommen und an der Kasse kaufen und die Unterlagen vorzeigen und einloggen. Beim Einlass, dann musst du die erst vorzeigen. Aber ja. Okay. Wir haben ja sonst noch was geschaut, nämlich im Heimkino. Es gab ja noch eine Heimsneak. Heimkino. Das ist ja gerade so mein Metier. Ich habe mir da den Film The Tomorrow War rausgesucht. Tomorrow War mit Chris Pratt. Bekannt hier. Guardians of the Galaxy, der Star-Lord. Der hat allerdings hier ein bisschen eine andere Rolle. Der ist so Familienvater und war auch im Militär längere Zeit und hat dann wieder so ein bisschen Probleme Fuß zu fassen in der in Anführungszeichen normalen Gesellschaft. Da mit Job und so weiter. Das stellt sich alles etwas schwerer dar als gedacht. Und dann ja, ach so, am Anfang ist so ein bisschen so ein Foreshadowing. Da sieht man schon, wie irgendwie Leute vom Himmel fallen in irgendwelche Pools rein und so weiter, die gegen irgendwas kämpfen müssen. Und dann macht das, wie gesagt, Schnitt. Wir sehen Chris Pratt, wie er gerade ein bisschen Probleme hat, Job zu finden. Und dann kommt auch noch so eine Szene. Da ist so ein ja, wie so ein Football-Stadion. Und da geht plötzlich so eine Art Portal auf, wo irgendwelche Leute rauskommen in Kampfmontur. die sagen, hey, wir kommen aus der Zukunft. Hi! Genau, was das Witzige ist, die tragen kein Mikrofon, sind aber über alle Lautsprecher des Stadions zu hören. Also die sagen dann so, hey, wir sind, wir kommen aus der Zukunft und da ist eigentlich die Kacke am Dampfen. Das heißt, wir kämpfen da, müssen da gegen Aliens kämpfen und damit wir da, weil unsere Chancen schwinden, brauchen wir einfach Leute. Ihr müsst uns helfen, damit wir in der Zukunft die Aliens zurückschlagen. Wo man sich schon denkt, mit ein bisschen zurück in die Zukunft erfahren. Hm, warum eigentlich? Warum muss jemand aus der Jetzt-Zeit in die Zukunft reisen, um da gegen was zu kämpfen? Warum kann man da nicht jetzt was machen, schon sich vorbereiten? Aber nein, dazu kommen wir später. Also jedenfalls gibt es dann so eine Art Recruiting-Programm, weil natürlich die aus der Zukunft, die wissen auch schon, wer jetzt zum Beispiel sowieso in den nächsten Jahren an irgendwas gestorben wäre und dann sagt man sich, ja, dann nehmen wir halt die und das sind so eine wilde Mischung, also es sind natürlich keine ausgebildeten Kämpfer, da sind viele, die haben überhaupt keine Kampferfahrung und nix und so und ausgerechnet diese in Anführungszeichen Elite wird dann in die Zukunft geschickt, um da gegen die größte Bedrohung der Menschheit zu kämpfen. Wo man sich schon wieder fragt, war das so eine gute Idee? Ist das durchdacht alles? Und so, naja, jedenfalls. Chris Pratt erwischt es halt dann auch irgendwann mit in dieser Einberufung und er muss dann mit hin, aber er ist natürlich, dadurch, dass er vorher schon bei der Army war und so, kennt er sich da ein bisschen aus und muss dann seinen Squad auch so ein bisschen durchcarryen da, weil die ohne ihn völlig verloren wären und dann sind sie halt irgendwo in der Zukunft. Er ist ja auch einer der wenigen, der überlebt, ne? Weil da geht ja auch schon was schief. Ach so, naja, das meinte ich ja mit dem, wo sie vom Himmel fallen. Ja, einiges schief. Wir sehen dann, also vorher, bevor er in die Zukunft reist, gibt es natürlich eine herzerweichende Verabschiedung da, weil da natürlich kommen viele überhaupt nicht wieder und wenn die Leute wiederkommen, sind sie völlig traumatisiert und ja, die typischen Shellshocks-Sachen und ja, er geht dann da hin und stellt sich dann der Bedrohung und da gibt es auch in der Zukunft eine, ja, was ist das, eine Anführerin, eine Generäle, gespielt von Yvonne Strahovski, die wir kennen zum Beispiel aus sehr Tschack und ja, die merkt halt gleich oder relativ schnell, dass der Chris Pratt doch ein bisschen was drauf hat, was Kämpfen und Strategie und solche Sachen angeht und ja, sie beraten sich dann, wie sie dann dagegen vorgehen gegen die bösen Aliens, die da irgendwo irgendwelche Tentakel haben oder irgendwelche Sachen schießen können und alles ganz seltsam, weil da ist nämlich auch so ein Forschungslabor noch in Gefahr, wo die dann versuchen, Sachen rauszufinden und ach ja, also ich habe ja ich habe ja im Nachhinein gelesen, dass die aufgrund des großen Erfolges von dem Film planen die einen zweiten Teil schon. Er hat grünes Licht bekommen, der zweite Teil. Wobei ich mich jetzt frage, naja, was ist jetzt so der Erfolg? Also wahrscheinlich, ey, es gibt einen kostenlosen Science-Fiction-Kracher mit Chris Pratt, den gucke ich doch mal an, weil der ist sowieso kostenlos dabei. Ja, kann man daran Erfolg bemessen, frage ich mich, oder hätte man vielleicht die Leute mal fragen, ey, wie fandet ihr den eigentlich? Habt ihr den jetzt geguckt und vielleicht darauf die Entscheidung dann fällen, ob man da noch einen Teil macht oder nicht? Ja, aber so funktioniert das doch die ganze Zeit bei Streaming-Diensten. Es gibt so viele frei verfügbare Filme, die mittlerweile einen zweiten und dritten Teil haben, wo ich mich frage, warum? Einfach, weil die halt die entsprechenden Klickzahlen haben. Man klickt halt drauf, man hat irgendwie den Werbebanner gesehen, ja gut, kostet nichts, gucke ich an, aber ob ich ihn gut fand hinterher, fragt mich niemand. Aber er wurde halt von entsprechend vielen Menschen angeklickt und angeguckt. Und dann hast du natürlich die Zahlen, wo du dann sagst, cool, machen wir einen zweiten Teil. So funktioniert es. Es geht halt nicht allein über Kinozahlen. Also im Kino ist ja genauso. Du zahlst ein Ticket, guckst den Film an, aber wenn der Film nicht gut war, haben sie immer noch die Ticketverkäufe. Das ist genau das gleiche System. Stimmt natürlich, ja. Übrigens, geschätzte Hörerinnen und Hörer, ihr habt den seltenen Effekt gehört, dass die Kate hört ihr eher über ein Christsein-Mikrofon als über ihr eigenes. Stimmt gar nicht. Doch. Das war jetzt die ganze Zeit so. Aber es ist ganz lustig. Nee, aber der Film, oh Gott, oh Gott, ey, puh. Ich weiß nicht, also, wie gesagt, da ist in der Zukunft was, ja. Ich meine, wenn es in der Vergangenheit wäre irgendwas, na gut, da hätte es ja diese Zeitlinie schon erlebt. also davon, dass dieses Ganze, alles was da mit Zeitlinie hin und her, das ist alles totaler Quatsch ist in dem Film. Also das funktioniert. Aber das haben sie doch aber erklärt. Aber das haben sie doch ganz, ganz deutlich erklärt. Das funktioniert hin und vorne nicht. zwei Floße und dann springt man genau dahin und wir können halt nicht beeinflussen, wo die Floße sind, aber wir springen da. Das meinte ich nicht. Ich meinte eher das mit den Sachen, die du veränderst in der Jetzt-Zeit, was das dann auslöst in der anderen Zeit und so weiter. Das meinte ich. Also nicht dieses Vehikel, was die sich da geschaffen haben, um irgendwie zu erklären, wie sie da von A nach B kommen, sondern... Ach, du meinst, wenn die Toten zurückkehren? Ja, das hatte alles, alles war völlig... Aber gut, sowas, wenn wenigstens der Rest stimmt, aber das hat auch nicht gestimmt. Das hat mich sehr oft erinnert an dieses, wie hieß das, Battle Los Angeles. Den fand ich so furchtbar, diesen Film, der ist ja damals so gehypt worden. Und ach, das war eigentlich ein Blödsinn da. Ja, trifft es eigentlich ganz gut, weil ich habe mir eine Film auch geschaut und ich habe eigentlich am Anfang auch gedacht so, hey, es sieht gar nicht so schlecht aus. Ich wusste nicht, wie falsch ich liegen kann. Wenn ich das so sehe, ihr habt da noch verhältnismäßig hohe Wertungen gegeben. Ja, es ist ja schon okay. Es ist ja auch cool besetzt und die Schauspieler sind ja eigentlich auch ganz cool. Die meisten. Ich weiß auch nicht, am Ende war es so ein ganz komischer Mashup von allem Möglichen. Also teilweise fand ich, sahen die Viecher aus wie aus Alien geklaut. Und das aber auch nicht gescheit dann, sondern halt, ja, look at it, look at my alien. Wir hatten doch letztens Skylines. Das war da auch so ein, hat mich sehr erinnert dran. War auch so ein Blödsinn da. Ja, irgendwie, ne? Was mich eigentlich am meisten gestört hat, war, zum Anfang, war das mega vorhersehbar. Also, dass er dann mit dieser einen Wissenschaftlerin zusammenarbeitet und wer sie dann eigentlich ist, habe ich mir von Anfang an gedacht, dass das in den Filmen so kommen wird. Und was mich auch gestört hat, war die Länge. Der Film war unfassbar lang. Er hatte drei Enden. Der Film hat einen Punkt, da ich so, ah, okay, jetzt ist er aus. Ne, geht noch weiter. Okay. Ah, jetzt ist er aus. Ne, doch noch nicht. Und dann ist er jetzt aus. Oh, jetzt ist er endlich aus. Grundsätzlich, ich habe ja nichts dagegen, gegen solche Actionkracher, die einfach mal runterlaufen lassen, gucken, nicht. Mit Alien-Sachen darf man eh nicht so viel hinterfragen. Aber, ähm, dadurch, dass sie halt diesen, also ich nenne es mal das zweite Ende, auf das zweite Ende dieses Films hingearbeitet haben, frage ich mich, warum hat man nicht gleich das als Prämisse genommen und ist in die Vergangenheit gereist und hat erst mal überhaupt verhindert, dass es so weit kommt. Er hat Nachforschungen angestellt. Also, das, was ja Chris Press dann im Endeffekt noch tut, um rauszufinden, was da überhaupt los ist. Ähm, warum hat man nicht das als Prämisse genommen und nicht, ich hole mir neue, neue Menschen, die in der Zukunft gegen Monster kämpfen sollen, die einfach überhaupt gar keine Kampferfahrung haben, in der Ehe sterben, wie die fliegen. Das habe ich nicht verstanden. Also, entweder man nimmt diesen einen, diesen einen Plot und bringt den dann zu Ende und oder man nimmt den anderen Plot, dann ist der Film halt länger und vielleicht ein bisschen anders, aber ich fand den nicht, also ich fand den zum einen gut, aber auch irgendwie nicht. Das war auch irgendwie so ganz seltsam. Du meinst ja jetzt mit mehreren Enden. Das war aber eigentlich schon, das war ja in der Mitte des Films, also wo dann der zweite Teil anfing oder ja so, ich weiß nicht, also so, dass es nicht nur ein Ende ist, sondern wirklich ein komplett eigener Story-Arc in dem Film und achso, J.K. Simmons spielt auch noch mit und der spielt quasi den, den Vater von Chris Pratt oder war es der Schwiegerfrau? Nicht nur quasi, sondern der Schwiegerfrau. Ich habe gerade überlegt, ob es der Vater oder der Schwiegerfrau war, also der Vater, genau. Und mit dem hat er sich so ein bisschen entzweit gehabt und dann finden die natürlich, wie es in solchen Filmen ist, dann wieder zusammen und so und ja, und der hat ja dann in dem zweiten Teil überhaupt erst mal, es hat aber alles nicht so richtig zusammengepasst, also dieser zweite Teil des Films, irgendwie hat nicht zu dem ersten Teil so richtig gepasst. Ja. Irgendwie war das alles komisch da. Ich hatte irgendwie von dem Trailer und so hatte ich halt erwartet, dass dieser erste Teil, von dem du sprichst, einfach der Film ist und dann gehen die in die Zukunft, helfen denen, das zu verhindern und helfen denen, die auszurotten, finden vielleicht noch die Möglichkeit raus, wie man das gar nicht erst dazu bringen kann, dass es überhaupt so weit kommt und dann ist der Film aus. So habe ich mir das gedacht. Aber dann geht der ja weiter, dann kommt ja noch der nächste Twist und dann ist der immer noch nicht zu Ende, weil dann kommt wieder was nächstes und ich sage, nee, es kann doch nicht wahr sein. Naja. Ja, der Film verliert sich dann schon streckenweise selbst. Ja, am Anfang dachte ich auch nicht, dass er, am Anfang dachte ich, oh cool, guck mal, guck mal, guck mal an, sieht jetzt nett aus, nette Schauspieler. Ja, wirkt der eigentlich ganz, ganz cool am Anfang. Und dann biegt der in die falsche Richtung ab. Ja, der biegt in ganz viele Richtungen ab und die Zeitstrahle, die aufgemacht werden, sind einfach nicht mehr, stimmig. Das ist ganz übel. Hier werden, hier werden ganz schwere Nexus-Vorfälle erzeugt. Das ist ganz böse. Und welcher war jetzt eigentlich Loki? Nein, also, es ist, wie ihr es beide schon gesagt habt, es ist, ich denke einfach, zu Tode gedacht, der Film. Und zwar so, boah, lass uns noch den Twist und dann machen wir noch den Twist und dann machen wir noch den Twist und dann machen wir noch den Twist und bauen einfach noch eine vierte, fünfte Geschichte mit ein, die keine Sau braucht. und das hat den Film im Endeffekt totgeritten. Genau wie eine Szene ziemlich am Ende, die ich halt auch völlig übertrieben dann fand, weil, ja, aber gut, das weiß ich schon. Ich glaube, ich weiß, welche du meinst. Vielleicht nehmen sich auch die Kritik der Leute dann ein bisschen zu Herzen und machen dann bei dem zweiten Teil ein paar Sachen mehr richtig. Und ich würde mich echt wundern, weil der Chris McKay, der ja den Lego-Batman-Film gemacht hat, das hat ja gut funktioniert, er war spaßig und alles. Aber hier, da hat wirklich auch so ein bisschen Humor gefehlt. Er hat sich selber zu ernst genommen mit dieser quatschigen Story da und hat für mich nicht so richtig funktioniert, deswegen nur vier Punkte von mir. Ja, nicht so richtig funktioniert, ist schon, ja, er hat schon ganz nette Effekte und ist eine ganz nette Idee, nette Bilder, und gute Schauspieler, also zum Teil gute Schauspieler. Ich habe ihm 6,5 gegeben. Ich gebe ihm auch 6,5 Punkte, weil man kann ihn schon angucken, aber er ist halt ein bisschen Banane, aber es gibt so viel schlechtere Filme auf den verschiedensten Plattformen, wo ich mir denke, nein, tut euch das nicht an. Aber den kann man schon angucken. Er ist halt nicht wirklich gut durchdacht oder vielleicht zu viel durchdacht. Definitiv nicht zu viele Fragen stellen, ja, zum Beispiel, ja, warum sind die Aliens nur in Miami Beach, wenn die auf der ganzen Welt irgendwie sind. Dort findet der große Kampf statt, aber was ist mit dem Rest der Welt? Ja, was ist da? Na, egal. Nicht zu viele Fragen stellen. Ja, genau. Schreibt uns einen Kommentar, wie ihr es so fandet. Ihr habt es ja bestimmt gesehen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bei den Klickzahlen, die Amazon da vorweist, müsst ihr eigentlich, fast jeder Bürger der Welt den Film mindestens einmal gesehen haben und bin ich sehr gespannt, ob da jemand noch ein gutes Haart reinlässt oder das auch nicht so besonders fand. Ja. Okay, dann kommen wir mal zum nächsten Film. Black Widow. Juhu. Jetzt habe ich dich wieder zuerst über ein Christsein-Mikrofon gehört. Chris muss mal die Tür richtig zumachen. Aber wieso? Ich verstehe das nicht. Du sprichst doch auch in deinem Mikrofon. Warum kommt das über ein Christsein ins Raum? Hat der Priorität hier? Erstens, ich habe immer Priorität. Also was mich... Das ist mal aus der Frage. Black Widow, eigentlich wollten wir das ja nicht unterstützen, dass hier Disney so einen Schindluder mit den Kinos macht, die eh so gebeutelt sind. Ja, aber dadurch, dass es eh in vielen Kinos nicht läuft und so und wir wollten ihn gern sehen, haben wir es dann doch mal geguckt. Wer möchte von euch den jemand vorstellen? Ich habe schon einen, das sag dir Kate mal. Aber ich habe nachher noch einen. Ach, okay. Dann darfst doch du, Erik. Okay, also in Black Widow, der in dem von Marvel Studios produziert ist, sehen wir oder ist auch von Scarlett Johansson direkt selber mitproduziert, hat sich natürlich da auch ein bisschen, weil sich selber in Szene setzen wollte, behandelt die Geschichte halt von ihrer Figur Black Widow und wir erfahren in so einer Vorgeschichte auch, wie sie aufgewachsen ist, nämlich als Teil einer, ja, als einer Undercover-Familie, wo sie noch, da war sie noch ein kleines Kind, hat eine kleine Schwester gehabt und der, wie sie dann erfahren hat, wobei ich mir da nicht ganz klar war, eigentlich hätte sie ja wissen müssen, dass es so ist irgendwie, weil wir erfahren ja dann noch so ein paar Rückblenden, wo sie eigentlich wusste, dass sie in so einer Deck-Cover-Undercover-Familie ist, irgendwie ist sie dann doch überrascht, als sie dann abreißen müssen und die Familie auseinandergerissen wird und dann geht sie quasi so ihren eigenen Weg und wir sehen dann auch, was ihre kleine Schwester mittlerweile durchmachen, also ihre, ja, sagen wir so, Undercover-Schwester durchmachen musste. Anführungszeichen Schwester, ja. Genau, also was die so durchgemacht hat, denn sie ist mit da rekrutiert worden bei diesen Widows und da ist es mittlerweile so, dass dieser, dieser, dieser Bösewicht, dieser, der auch in diesem Red Room da seine, seine Welt umspannendes Verschwörungsnetz leitet, der hat mittlerweile eine neue Variante gefunden, um die Widows sich unterzahnt zu machen, also nicht nur psychische, psychischer Druck, sondern auch über eine Chemikalie, das quasi die, ja, irgendwie die, ja, das drüber nachdenken, wird halt ausgeschaltet, sondern wirklich nur die Befehle empfangen, die eben der, der Bösewicht dann aussendet und denen sagt, was sie machen sollen und er rühmt sich halt, dass er auf der ganzen Welt ein Netzwerk hat von diesen Widows, die jederzeit zuschlagen können, ganze, ja, Länder stürzen können, Katastrophen auslösen oder verhindern können und sonst was alles und, äh, Black Widow, also Natascha Romanoff, sie möchte, ähm, diesen, diesen Bösewicht, wo ich die ganze Zeit jetzt noch nicht auf den Namen gerade komme, den möchte sie irgendwann stellen, weil der ist der Grund gewesen, weshalb damals diese Familie auseinandergerissen wurde und, ähm, er hat sich aber schon lange Zeit versteckt, er ist unauffindbar, sie hat auch schon mehrere Sachen, Attentate ausgeführt, wo auch unter anderem die Tochter des Bösewichts ums Leben gekommen, Dreykov, 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 wo unter anderem die Tochter des Bösewichts ums Leben gekommen ist und, ähm, ja, aber sie hat es nicht geschafft, ihn selber zu erwischen und das ist so ihre Agenda, die sie immer noch hat und, aber sie hat ja gedacht, sie hat ihn erwischt, hatte sie, ach so, ja, sie kriegt es dann gesagt von ihrer, Schwestern, das sagt sie ja auch, also sie, sie hat ja gedacht, sie hat ihn erwischt und das war ihre, ihre Eingangstür, oder ihr Dings und ihr Eintritt zu S.H.I.E.L.D. dieses Attentat. Ja, wir erfahren dann auch, dass das quasi in der Zeit spielt, wo sie gerade nicht bei den Avengers dabei ist, in dieser Zwischenphase und, da nimmt sie sich halt das wieder vor, dann ihn zu stellen und mit ihrer Schwester zusammen, zusammenzuarbeiten, die sie natürlich am Anfang erstmal bekriegen, weil keiner weiß, ob die andere jeweils gerade irgendwie einen Auftrag hat, vielleicht die zu töten, die jeweils andere und so und die müssen sich erstmal wieder zusammenraufen und die, die jüngere Schwester, ähm, wie ist sie? Jelena, ne? Ähm, die hat mittlerweile, Florence Puck, die ist, die ist mittlerweile äh, im Besitz einer anderen Chemikalie, die diese Chemikalie in Beeinflussung der Widows rückgängig machen kann, was sie selber in einem Einsatz gespürt hat, weil sie war ja eigentlich auch bei diesen, sagen wir mal, verblendeten Widows dabei und, ähm, sie bekommt dann diese Substanz ab und, äh, kann plötzlich wieder frei denken und, ähm, nimmt sich die restlichen Sachen und will eben dafür sorgen, dass diese restlichen Widows, die überall noch aktiv sind, quasi diese Substanz auch verabreicht bekommen, damit sie auch wieder normal werden, in Anführungszeichen. Ich glaube, viel mehr will ich jetzt mal gar nicht so unbedingt verraten. und ich überlege gerade, wie weit ich mich hier so vortasten kann. Ach so, ja, ihr Vater, ihr ehemaliger von der Cover-Familie, ähm, der taucht auch wieder auf. Alexei. Ja, der Alexei, alias, äh, Red Guardian, der, quasi der russische Counterpart zu Captain America, äh, was er auch selber häufig raushängen lässt, ja, dass er, äh, selten sagt er das, ganz selten wird er sein behind. Wir sehen, der ist am Anfang in einem russischen Gulag, äh, gefangen und, ähm, irgendwie kann er sich trotz seiner Superkräfte irgendwie da, also außer Armdrücken macht er da eigentlich nichts, um da irgendwie rauszukommen, also, aber sie helfen ihm dann, dass er da ausbrechen kann und die Mutter wird auch noch aufgesucht, gespielt von Rachel Weisz, ähm, also die, ja, Cover-Mutter, sag ich mal, und dann wollen sie eben diesen absoluten Bösewicht dann irgendwie stellen, ja. Puh, das war auch, ähm, schön zusammengefasst. Es gab natürlich dann noch so ein paar Szenen, auf die wir jetzt, äh, hier, äh, nicht erstmal eingehen, vielleicht machen wir noch einen kleinen Spoiler-Teil dann, wo wir noch ein paar Sachen in der Tiefe ausloten, speziell die Post-Credit-Scenes und so. Ja. Also ich sehe an euren Wertungen, dass ihr es wesentlich besser fandet als ich. Ja. Ja, was heißt wesentlich besser? Ich würde gerne wissen, warum du es nicht gut, nicht, nicht so gut fandest. Das kann ich dir sagen. Ich fand das Drehbuch völlig Banane, ähm, weil es wird am Anfang so ein, äh, ich mochte, ich mag sehr diese, oder, ich sage mal, ich mag irgendwie 95, 96, 97 Prozent aller Marvel-Filme, weil die wirklich gut geschrieben sind, die sind, auch die Serien, die sind top, das ist top-notch, weißt du, das funktioniert halt alles, das macht alles Sinn, hier wird so ein Bösewicht aufgebaut, der ist dann weg, dann ist die da, dann kämpfen sie erstmal, wo du denkst, ach Leute ey, wir wissen doch eh, dass ihr dann zusammenarbeitet, warum kämpft ihr jetzt hier minutenlang und machen alles kaputt und so. Da waren so viele Szenen drin, wo ich mir denke, oh ey Leute, 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 also das haben wir schon alles. Also gerade diese Szene, diese Kampfszene habe ich ziemlich gefeiert, wenn ich ehrlich bin, weil normalerweise bei so Kampf, gut koreografiert, ja. Ja, bei so Kampfszenen normalerweise läuft alles immer relativ glatt und die fliegen gezielt und passen genau durch die Türen durch und blibla blub und bei dem Fight der beiden Damen, ey, da hat überhaupt nichts gestimmt, also da, da zerschellt auch mal eine halb so mit dem Rücken am Türrahmen und was weiß ich was, also das fand ich mega krass einfach, dass es mal so in Anführungszeichen unsauber choreografiert war. Ja. Das hat mir ganz gut gefallen. Ach, ja. Ansonsten wirkte der Film für mich sehr wie aus anderen Filmen ein bisschen geklaut, wobei die anderen Marvel-Sachen, auch die Serien und so, da war immer viel so drin, boah, das habe ich jetzt noch nie irgendwo gesehen oder so diese Wendung oder irgendwas, aber hier war einfach zu viel drin, da war sogar Star Wars drin, wo sie dann diesen, über diesen Gang, weißt du, du weißt, was ich meine. Da war einfach so viel drin, was man irgendwo aus anderen Filmen wo man denkt, okay, es wirkt jetzt irgendwie nicht neu und ich weiß nicht, was ich sehr mochte, war der Witz, der drin war, der kam teilweise völlig überraschend manchmal in manchen Szenen, das mochte ich sehr, hat mir sehr, sehr gut gefallen und auch so dieses, ich sage mal so, dieses James-Bond-like-ige, so, ja, wir sind jetzt in Marokko, wir sind jetzt da, wir sind jetzt dort und so, mhm, das mochte ich auch sehr, und insgesamt ist es ein Film, der mir schon sehr gut gefallen hat, das ist jetzt Kritik auf hohem Niveau, aber es war halt im Bereich der Marvel-Filme und auch Serien vor allem, wo sie ja einfach gezeigt haben, wo der Hammer hängt, fällt er einfach ein bisschen zurück, es ist halt ein riesen Action-Spektakel mit sehr dünner Story. mit Tor-Referenz hier. Ja, du, aber gebe ich dir tatsächlich ein Stück weit auch recht, also, ja, das Drehbuch hatte tatsächlich seine Schwächen, ähm, aber am Ende, am Ende des Tages fand ich, äh, war es der bessere Bond tatsächlich. Also, es war, es war ja, wie du auch gerade schon gesagt hast, wie so ein Bond und ich fand tatsächlich, ja, war sogar eine Bond-Szene drin, ne? War ja sogar schon. Ja, 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 ja. Habt ihr das erkannt? Aus Moonraker war das, die Szene. Und es gab einige richtig starke Szenen, meiner Meinung nach, in diesem Film. Und, ja, wobei, auch wieder ein bisschen meckern, also, die Special Effects teilweise fand ich etwas seltsam, muss ich ganz ehrlich sagen. War manchmal komisch, Gerade, wenn die irgendwo runtergefallen sind auf irgendwas drauf und dann wieder weitergefahren sind, und so. Das sah irgendwie ein bisschen seltsam aus, ja. Aber, gut, da will ich gar nicht erst anfangen, aber, ja, dann fliegen sie irgendwo nach, wo wollen sie denn? Nach Sankt Petersburg, sagen, oh, das reicht nicht, das reicht nicht und dann landen sie irgendwo, laufen drei Meter und sind da. Und, also, das sah von der Landschaft her mit diesen, ich sag mal so, das war ja Heide, das war ja Heide, hat da geblüht, Alter, das ist nicht Sankt Petersburg, bitte, ey. Ach, da waren so lauter Sachen drin, so, ach, und, viel schon mal da gewesen, und, ach, hm, ja, ja, ich kann nicht widersprechen. Aber an sich hat es Spaß gemacht, den zu schauen, also, meine Wertung bezieht sich auch insgesamt auf Marvel an sich, also, Kate, die schnauft schon hier, die schaut schon, Kate schnauft schon, ja, Erzähl, was, was hab ich falsch gesehen? Nee, nee, ich würde nie sagen, dass du was falsch gesehen hast, ich seh's halt einfach nur anders. ähm, also, ich fand den super, also, ich hab, mir ist doch wurscht egal, ob da irgendwelche Heide blüht oder nicht, das ist mir wurscht, und die sind da auch nicht nur drei Meter gelaufen, die sind da schon ein bisschen länger gelaufen, du hast es nur nicht im Ganzen gesehen, weil es geschnitten wurde, weil es sonst wäre sehr langweilig gewesen. Ähm, ich fand den, ich fand den Film richtig gut, ich fand die Einführung der, der Figur der Jelena, sehr, sehr gut, ich mag Florence Puck, die hat noch nicht so viel, in so vielen großen Rollen mitgespielt, aber das, was ich von ihr gesehen hab, ist tadellos. Midsommar! Nee, Midsommar nicht, aber, da erkannte ich die, ich hab die ganze Zeit überlegt. Vielleicht kennst du die auch aus, aus Little Woman. Nein, die hab ich nicht gesehen. Das ist aber ein sehr toller Film. Midsommar, ja. Auf jeden Fall. Ja. Katastrophenfilm, Entschuldigung. Ist es, was mich, was mich halt, also ich gehöre zu den Menschen, wenn man jetzt im MCU-Universum ist, die zum Beispiel Guardians of the Galaxy nicht so sehr mag, wie die anderen. Und das ist ja, das ist halt das, ich mag, nein, das ist nicht, das ist nicht fair. Das ist nicht fair, Erik. Ich hab ja eh die Tasten, wenn du sie hättest, so vorhin bei mir. Sowas würde ich aber nicht machen. Ich mag lieber das, ich mag halt das Originale, die originale Avengers. Und ich finde jetzt schon die Welt um Thor durchaus mystisch und deswegen schon schwierig, das mit einzuordnen. Für mich sind die Avengers halt auf der Erde lebende Personen, die halt mit irgendwelchen Kräften oder eben mechanischen Anzügen ausgestattet sind. Oder im Geld. Oder im Geld, ganz genau. Und in dem ganzen Avengers-Universum war Black Widow immer am wenigsten gewürdigt und am wenigsten vertreten und am wenigsten Hintergrund. Und wir haben ständig immer die männlichen Protagonisten in zentralen Rollen und in Filmen. Und es ist, Black Widow ist der erste, nein, stimmt nicht, der zweite Solofilm eines weiblichen Helden im MCU. Und das müssen wir auch mal würdigen. Captain Marvel war der erste und jetzt Black Widow. Ansonsten haben wir drei Thor-Filme, mehrere Hulk-Filme, drei Captain America's, dreimal Iron Man und natürlich das sind die Hauptcharaktere, natürlich das sind die Starken, das sind die die krassen, das sind so die die Main Characters, aber warum denn immer nur die Männer? Ant-Man in the West? Und deswegen, wenn ich das ja, und es heißt Ant-Man in the West. Auch hier Evangeline Julie ist, oder wie auch immer sie heißt, Evangelina, was weiß ich, wie sie heißt, ist auch dünn ver, ja genau, ist auch nur dünn vertreten. Die Kate aus Lost? Ja, dünn vertreten ist es auch nicht mehr, aber ja, ich verstehe, was du meinst. Und deswegen finde ich es schön, deswegen, ich habe ja Captain Marvel auch so gefeiert, ich fand Captain Marvel einen der besten Marvel-Filme und da scheiden sich auch wieder die Geister, weil andere finden das eben nicht, genauso wie andere sagen, die, weiß ich nicht, die Guardians of the Galaxy Filme sind die besten, finde ich nicht. Das ist halt, im MCU ist für jeden was dabei und in der ganzen Filmreihe reihen sich immer wieder neue Geschichten ein und das finde ich toll, dass dann wirklich so vielfältig, allein durch die Serien, die neue Türen aufmachen und eben Geschichten, die bisher nicht bekannt waren, wie jetzt was mit Black Widow nach dem Civil War erklärt wird und was auch noch eigentlich mal ein Rückblick auf das, was ihr angetan wurde, was sie durchgemacht hat und deswegen finde ich diesen Film sehr gut. Ja, um die Story zu erfahren, klar, aber als Film an sich, wie er aufgebaut ist, fällt das doch ein bisschen hinter den anderen Filmen zurück, jetzt mal ist völlig egal, ob da jetzt eine weibliche Hauptrolle ist oder nicht, ich meine, wenn es ein Thor-Film wäre, hätte ich es genauso gesagt, das ist einfach vom, nicht richtig gut durchdacht, den Aufbau des Films, also normalerweise hast du so gewisse, ja, Climaxe innerhalb der Story, wo es dann ein bisschen treibender wird, bis hin zum Ende und so weiter, es hat, es war hier so ein bisschen ausgefranst, speziell in der Mitte drin. Was mich tatsächlich, zwei Sachen, die ich noch habe, zu dem Film, was ich sehr positiv fand, ist, dass Black Widow tatsächlich in dem Film auch mal richtig kassiert hat, also, die kam ja bisher sonst immer durch, durch die Filme durch, so, ja, hier ein bisschen Blessuren und ja, am Ende, wir wissen, wie ihre Geschichte ausgeht und alles, aber trotzdem kommt sie einigermaßen so durch, nur diesmal kriegt die richtig, Entschuldigung, die kriegt richtig aufs Maul. Also, da ist mal richtig, ja, ja, das habe ich, das fand ich sehr clever auch, aber das steht wieder auf einem anderen Blatt. Was mich allerdings dann doch wieder gestört hat, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, ist, dass die, den Taskmaster, Master, die Figur, auch wenn wir ihn noch weltlich gemacht haben und das war dann für mich dann schon wieder dieser fast schon Schritt zu viel, um dann, ja, jetzt machen wir, ja, es, die Diskussion wird es immer wieder geben mit, ja, zu viel Mann, ja, zu viel Frau, warum auch immer. Ich fand es ein bisschen schade, da fand ich es dann wieder etwas überzogen, dass es schon wieder, schon wieder oder dass es nochmal eine Frau sein muss, aber ist okay. Also, ist jetzt nicht irgendwie. Es passt aber zur Geschichte. Ja, natürlich passt es auch zur Geschichte, klar. zu dem Irrsinn dieses Mannes, also von daher. Ja, alles gut. Deswegen sage ich ja, ich weiß, dass du meinst. Ich finde sowieso, dass die ganze Geschichte um den Taskmaster so total untergegangen ist. Das ist halt auch schade, weil der ist schon relativ mächtig. Oder sie. Ich finde sowieso, eigentlich braucht man eigentlich gar nicht darüber reden, wer das gedreht hat und Frau, Mann oder irgendwas einfaches. Wir bewerten das einfach als Film und entweder das ist ein guter Film oder nicht oder es ist halt kein guter Film, aber es gibt jetzt keine Bonuspunkte oder irgendwas. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass die Regisseurin, die das gedreht hat, die hat vorher noch nicht so wahnsinnig viel gemacht und da gleich im Marvel Universe, wo ja doch ein sehr großer Fokus drauf ist, da jetzt gleich so ein Regisseurin-Job zu bekommen, ist schon, all die vorhergehenden Filme waren jetzt auch nicht so der Brüller. also die liegen so bei um sechs Punkte bei IMDb, war jetzt nicht sowas dabei, wo man sagt, boah, das war jetzt der absolute Hammer und so, das kann ich jetzt verstehen, dass die Regisseurin den Auftrag bekommen hat. Aber ja, gut, ich fand auch ja wirklich hier die Florence Pugh echt gut, also die Darstellerin hat teilweise manchmal ein bisschen der Scarlett Johans und so ein bisschen die Show gestohlen, fand ich, vom Spiel her. Ja, das fand ich gut. Ja, fand ich auch sehr gut und bin gespannt, ob es da jetzt auch mal noch eine Fortsetzung geben wird von Black Widow, von dem Film, weil es gibt ja auch ein bisschen was her. Die Post-Purrentine, ha, ha, ha. War auch ganz, da kommen wir später dazu, war auch ganz interessant, dass Olga Koljenko, kennt ihr die? Die hat quasi den, wie ist, Taskmaster Antonia gespielt. Antonia. Und die, die hat ja eine reichhaltige Filmerfahrung, die hat sogar schon mal beim James-Bond-Film mitgespielt, bei Quantum Trost und so. Und, ja, einige Filmrollen auf ihrer Liste. Na gut, dann steigen wir mal in den Spoiler-Teil ein, oder? Dann hau ich mal das ein. Achtung, Spoiler-Warnung. Black Widow. Es gab ja zwei Post-Credit-Scenes, wenn ich mich da recht erinnere. Eine war am Grabstein. Ach so, die andere war so direkt hinten dran, oder? Die am Grabstein? Ja. Ach nee, das war ja die. Es gab nur eine. Das war die Post-Credit. Die am Grabstein. Mach mich nicht fertig. Ohne Witz, ich hab auch gerade gedacht, direkt, man kann's keinen Scheiß. Ha, 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 ha. Genau. Was überraschend ist, dass man sieht, dass quasi Natascha Romanoff Mutter, was stand da? Mutter, Schwester und Avenger. Also Mutter? Nein, nicht Mutter, da stand Tochter. Tochter, Schwester. Okay, sowas. Tochter, Schwester, Avenger. Dass sie offensichtlich verstorben ist, oder zumindest gibt's ein Grabstein, sagen wir so. Es war ja schon öfter so, dass irgendjemand ein Grabstein gesetzt wurde, um zu sagen, er wäre tot. Ja, aber sie ist doch tot. Weiß ich es? Das spielt ja in der Zukunft. Das spielt nach Endgame. Die Post-Credit-Suite ist nach Endgame. Du weißt, wie das läuft. Die können alle nochmal wiederkommen hier. Nee. Spätestens seit bei Dallas Patrick Duffy plötzlich unter der Dusche stand, glaube ich, niemanden mehr irgendwas. Nein, sie hat sich für den Seelenstein geopfert und dementsprechend ist sie tot. In dieser Zeitlinie, ja. In dieser Zeitlinie. Und die nette Dame, die dann die Florence am Grabstein besucht, die kennen wir auch. Genau. Die kennen wir nämlich aus Falcon and the Winter Soldier. Das ist nämlich die gute Dame, die den neuen Captain America rekrutiert, nachdem er in Ungnade gefallen ist. Und was die so plant, ist ja auch noch nicht ganz klar. Also, was genau hinter der steckt und welche Ziele die verfolgt. Und das fand ich richtig spannend. Und, dass die jetzt auch noch der, der, Jelena hieß ich ja, den Flo ins Ohr setzt, wer am Schuld, am Tod ihrer Schwester schuld ist, das ist halt noch das Oberkrasseste überhaupt. Weil es ist ja einfach de facto nicht der Fall. Sie setzt ja halt einfach eine Lüge ins Ohr. Oder? Wie seht ihr das? Ja, das kann alles mögliche bedeuten, wie immer. Das ist, das machen die immer bewusst so, dass man da viel drüber diskutieren kann. Also, ich hätte eher gedacht, dass es vielleicht doch irgendwie noch eine andere Zeitlinie gibt, wo das dann tatsächlich irgendwie passiert oder sowas, wo, wo dann Hawkeye irgendwie sie tötet oder so. Tja, aber das ist halt dieses, wenn du es selber nicht mitbekommen hast und kriegst dann das aufgetischt von einer wohl in dem Fall schon vertrauenswürdigen Person. Hm, sag ich da mal. Hm, ich bin da gespannt, weil das könnte sich alles so auf hier Madness of Universe schon hinlaufen, dass da jetzt nicht nur ein Gegner dann nachher da ist, sondern dass da eine ganze fehlgeleitete Armee schon parat steht und dann wird es spaßig. Ich wage mal eine Prognose basierend auf dem, was wir jetzt bereits so gesehen haben. Also sprich, die Loki-Serie, dann Falcon and Winter Soldier, dann das jetzt hier. Wird bestimmt irgendwas sein, dass dann auch diese Widows, die überall noch auf der Welt sind, die ja jetzt mittlerweile irgendwie geheilt sind, dass die dann auch noch irgendwo mit eingreifen und irgendein großes Thema, was dann irgendwie aufkommt, dass es irgendwie eine alternative Zeitlinie gibt, siehe Loki, wo dann das tatsächlich passiert und genau, Falcon and Winter Soldier, hat Kate schon gesagt, hier die, 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 die Val, nee, wie heißt sie? Ja doch, Val, dass die irgendwie Leute rekrutiert oder sowas. Ich denke mal, darauf wird es ein bisschen hinauslaufen, aber ich kann mich natürlich völlig irren. Mal schauen. Ja. Ich sag mal, ja. Wir haben ganz vergessen zu sagen, dass bei vorhin im Nicht-Spoiler-Teil, dass der Soundtrack eigentlich ganz cool war. Zumindest am Anfang. Irgendwie kam später überhaupt keine Musik mehr. Aber in zwei Lieder am Anfang, die ich saugeil fand, dann kam nichts mehr. Im ganzen Film. Wollte ich eigentlich auch noch kritisieren. Ich prangere das an. Ich prangere das an. Dann sind wir schon durch mit dem Spoiler-Teil soweit für den Film hier. Dann gehe ich mal zurück. Achtung, Spoiler-Warnung. Ja, Black Widow, also wer es gucken möchte, Disney Plus, muss man sich in VIP klicken und dann kann man das gucken, wie damals schon. Oder im Kino. Oder im Kino. Wollte ich drauf zurückkommen gerade. Wollte ich sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn euer Kino das zeigt, denn Disney hat da auch ein paar Vorschriften, was das angeht und sowas. Das zeigen nicht alle Kinos. Dann guckt es auf jeden Fall im Kino. Unterstützt die Kinos, wenn ihr geimpft seid oder wenn ihr genesen seid, das übliche halt. Oder wenn ihr getestet seid und wenn ihr euch traut, dann geht ins Kino. Kauft viel Snacks dazu. Genießt die Zeit. Alles hilft dem Kino. Den Kinos, muss man sagen. Denn im Gegensatz zu irgendwelchen Großkonzernen haben die nicht so viel Förderung bekommen vom Staat in der schwierigen Zeit. Wir haben doch gar nicht unsere Punkte gesagt für den Film. Darauf wollte ich jetzt noch kommen. Ich wollte ja bloß, dass jetzt nicht nur Punkte kommen und dann sind wir sofort beim nächsten Thema. Wollte ich noch ein bisschen ausholen. Ja, was gibst du denn an Punkten, Kate, für Black Widow? Neun. Neun, da stand vorhin mal zehn drin. Hast schon nach unten. Ich kann mich erinnern, da stand zehn. Ja, ich habe gedacht, ich kriege es uns Haue. Wieso? Nö. Kann doch jeder. Ich finde es total schön. Ich habe acht Punkte gegeben und weiß jetzt schon, ich bin genau das, was es sein sollte. Genau die Mitte. Ich habe sieben. Ich war eigentlich, direkt nach dem Film, dachte ich, ich war eigentlich noch niedriger. Aber mittlerweile, nach der Nacht drüber schlafen, habe ich gedacht, ach na, so schlecht war eigentlich doch nicht. Also es ist immer für mich ein guter Indikator, wenn ich Lust habe, den Film nochmal zu gucken, irgendwie nach einmal drüber schlafen und habe ich definitiv, also wenn der dann irgendwann mal, ist ja dann wahrscheinlich wie bei Mulan damals, nach einem Monat, kam der dann ins reguläre Disney Plus, da werde ich den wahrscheinlich nochmal gucken. War jetzt auch nicht so ein, so ein langes Brett hier, wie manche andere Filme in dem Universum, wo man sagt, oh, da muss man sich mal Nachmittag Zeit nehmen, um hier Endgame zu gucken oder so, sondern Black Widow mit zwei Stunden oder so, ist da schon ein kleiner Snack. Snack. Okay, ich habe noch, ach, siehst du, jetzt völlig durcheinander, ich wollte eigentlich noch sagen, was ich nächste Woche für eine Heimsneak gucke, das wird bei mir Boss Level. Auf einmal so ein Prime. Wer sich anschließen möchte, darf das gerne tun, ansonsten gucke ich das allein. Und Kate hat noch einen Film mitgebracht, da habe ich, habe ich da nicht irgendwas gesehen mit 1987? Oder bringe ich da was durcheinander? Ja, nein, tust du nicht, denn den Film, den ich gesehen habe, ist der erste Teil von dreien, wo jetzt jede Woche ein neuer Part rauskommt. Und zwar habe ich den Part 1 von Fear Street geguckt, mit dem Untertitel 1994. Und diese Filmreihe verläuft quasi rückwärts. Also du hast, du startest mit dem Film 1994, bei dem in einer Kleinstadt in den USA passieren ständig irgendwelche Morde. Irgendjemand dreht ständig durch und killt halt einfach Leute. So, und das passiert ständig. Also es ist die, sagen sie im Film immer wieder, es ist die Todeshauptstadt der USA. Ja. So. Wobei eine halbe Stunde weiter der nächste Ort ist und dort ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Da ist alles wunderbar. Und die beiden Orte rivalisieren auch ein bisschen, auch von der Highschoolhöhe, von den Football-Mannschaften. Was alles mit Geschichte zu tun hat. Ja, pass auf, das ist jetzt der Witz. Also das läuft alles darauf hinaus, dass es wohl ein Pakt mit dem Teufel gab. Und das ist eben diese Geschichte, die jetzt über diese drei Filme erzählt wird. Und in Teil 1 ist es so, dass eben wieder Morde passieren und ein junger Mann und seine Schwester werden darin verstrickt. Denn Freunde von ihnen werden getötet und irgendwann sind diese Mörder auch hinter ihnen her. Und sie müssen jetzt rausfinden, warum. Und dann wird eben die ganze Geschichte dieser Orte aufgedeckt. Denn diese Mannschaften heißen, also die Football-Mannschaften von den Highschoolen, heißen nämlich nicht umsonst Die Witches and the Devils. So, denn die Witches werden tatsächlich quasi zurückläufig auf eine Hexe zurückgeführt, die quasi immer wieder Flüche über diese Stadt verhängt und immer wieder neue Opfer findet, die dann für sie morden. Und deswegen haben die eben dort diesen Ruf, diese Mörderstadt zu sein. Und die Devils haben eben diesen Ruf, dass sie einen Pack mit dem Teufel geschlossen haben, um eben eine wohlhabende Stadt zu sein und wo alles toll ist und alle sind reich und alle haben Willen und so. Und wir sind eben dabei, dass diese Jugendlichen das rausfinden und eben gegen diesen Hexenfluch, der gerade eben herrscht, ankämpfen müssen. Total abstrus eigentlich. Es ist ein absoluter Teenie-Quatsch-Horror-Film, aber ich fand den echt lustig und krass brutal an manchen Stellen. Und der zweite Teil ist jetzt quasi, spielt vor diesem 1945, 85, was war das jetzt? 1945. 94, 95, nein. Der zweite spielt irgendwie 1977. Das ist 1976. Das ist 1996. Darf ich weiterreden? Entschuldigung. Spielt jetzt 1977 und nimmt dann quasi eine Geschichte auf, die jetzt im ersten Teil angeteasert wurde. Ein Mythos aus einem Ferienlager. Und das spielt quasi rückwärts. Und der dritte Teil dreht sich dann um, glaube ich, 1666, um diese Hexe, auf die dieser ganze Mythos zurückgeht. Also es ist quasi ein Horrorfilm rückwärts erzählt, in drei Teilen. Klingt nach einer Videothek, ein Krabbelware aus dem Ende der 80er. Das ist so cool. Es ist echt lustig. Also ich muss sagen, es sind Teenies, die von irgendwelchen Axtmördern und Maskenversessenen gejagt werden, weil sie die Ruhe einer Hexe gestört haben. Im Endeffekt geht es darum. Es ist sehr splatterig, es ist sehr blutig und es ist sehr abstrus und es macht echt Spaß, ehrlich gesagt. Ich gucke nachher den zweiten Teil. Also ich fand die äußerst interessant. Ich glaube, ich gucke da mal rein. Ja, guck mal rein. Das Cover, das sieht schon so aus wie damals bei Prom Night, irgendwie das Videocover. Es gibt auch ganz viele andere Horrorfilm-Anspielungen. Also es ist Scream mit vertreten. Ich habe ja quasi alles durchgeguckt. Ja, gut, das sind ja die Großen. Ja, aber es sind so kleine Anspielungen. Also du musst dich schon ein bisschen im Horror-Genre auskennen, um diese Anspielungen zu verstehen. Und das macht ihn eigentlich echt gut. Die Besetzung ist okay. Also fand jetzt nicht besonders schrecklich oder besonders gut, aber die eine kannte ich. Die kannte ich jetzt aus der Serie Panic von Amazon Prime. Habe mich gefreut, die da auch zu sehen. Und ja, wie gesagt, ich gucke nachher den zweiten Teil mit 1977, wo es dann in ein Feriencamp geht, wo ein wilder Axtmörder wohl unterwegs ist. Das Übliche. Da bin ich gespannt. Das ist die Füße wie damals. Und es geht halt immer um diese beiden Städte. Klingt interessant. Ich glaube, da gucke ich mal rein. Am Anfang klang es ja furchtbar. Da habe ich gedacht, was ist das denn mit Hexen? Es ist halt total abstrus. Aber es macht halt, du denkst, aha, aha, okay. Ja, okay. Du machst ja auch deine eigenen Gedanken. Und dass halt niemand auf diese Idee kommt, dass es halt vielleicht doch mit irgendwelchen mystischen Kräften zu tun hat. Schließlich heißen die einen Witches und die anderen Devils. Und die Devils sind die Reichen. Und das ist ja so ein bisschen mystisch. Ah, okay. Vergangenheit. Ich glaube, ich werde dann nächste Woche berichten, ob ich reingeguckt habe oder nicht. Ich glaube, der dritte Tag kommt dann jetzt am Freitag. Kommende Freitag. Ich muss ja erstmal den ersten gucken. Wenn er mir nicht gefällt, gucke ich nicht weiter. Jetzt gucken wir erstmal, was wir eventuell im Kino schauen könnten. Kino Charts und Neustarts. Die Charts hier, Stuttgart. Platz 5, Cat Weasel mit Otto. Nein. Mit Otto. Voll gut. Platz 4, Peter Hase 2. Ein Hase macht sich vom Acker. Platz 3, Godzilla vs. Kong. Kann mir bitte einer der geschätzten Hörerinnen und Hörer sagen, ob der gut ist, ob der sich lohnt. Ja, bitte in die Kommentare. Weiter. Nein. Platz 2, Nomadland. Ja, der lohnt sich bestimmt. Und Platz 1, Black Widow. Hey, haben wir gerade besprochen. Geht da alle rein. Ja. Auf jeden. Ja. Und was läuft an? Also ich bin jetzt hier bei Kino.de. Da sind jetzt die, die wirklich tatsächlich anlaufen. Es läuft ja noch nicht alles an. Also da beginnt es mit Fast and Furious 9. Neunter Teil der Fast and Furious. Jetzt Moment, Moment, Moment. Du bist auf einer anderen Liste, die nicht in unserem tollen Dokument verlinkt ist. Die nicht da drin? Ach so, warte. Also ich paste das mal, den Link dann rein. Das wäre nett. So, also Fast and Furious Teil 9 mit John Cena jetzt mit dabei. Und ich glaube, das wird more of the same sein. Ich meine, der vorhergehende Teil, der letzte, der war ja irgendwie ganz witzig. Aber davor war ziemlich viel Ödnis und Langeweile. Aber es gibt... Neun Teile einfach. Neun Teile. Ja, es gibt eine riesen Fan-Basis und das war eigentlich immer ein guter Kinoerfolg. Frag mal die im Kino, wie die gelaufen sind. Ja, 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 ja. Und ich meine, alles, was dem Kino gut tut, ist gut. Neun Teile. Minari, wo wir Wurzeln schlagen. Herausragendes Drama über eine Familie koreanischer Einwanderer und ihrem amerikanischen Traum. Da habe ich den Trailer gesehen, fand ich ganz nett. Das wäre so ein schöner Sneak-Film gewesen auch. Dann läuft auch noch an Space Jam, A New Legacy. Die Fortsetzung. Wobei ich da echt irgendwie, ich weiß nicht, ich mag ja den alten Film sehr. Obwohl der auch nicht so wahnsinnig... Oh, nee, I can fly. Obwohl der auch nicht so gut gealtert ist, ne. Aber ich weiß nicht, da mit dem neuen... Schau mal. Aber das Soundtrack von Space Jam war Hammer. Oh ja, definitiv. Da war so viel geiles Zeug drin. So, dann die Doku nehmen wir nicht. Aber nebenan, schwarze Komödie von und mit Daniel Brühl. Hä? Wo bist du denn? Nebenan. Ja. Ach, da unten. Ah, da unten bist du. Da habe ich von nebenan den Trailer gesehen. Der sieht abgefahren aus. Okay, da unten sind dann doch noch die anderen. Moment. Irgendwie passt das nicht ganz zusammen. Das von Filmstarts und das von Kino.de. Ja, es ist halt alles noch ein bisschen seltsam. Ja, im Feuer. Zwei Schwestern mit Sibel Kikili. Und was haben wir denn da für eine Beschreibung? Rojda. Rojda. Rojda ist Bundeswehrsoldatin mit kurdisch-irakischen Wurzeln. Nach langer Suche trifft sie in einem griechischen Flüchtlingslager endlich auf ihre Mutter. Ferrat und kann diese nach Deutschland holen. Doch ihre Mutter hat auch schlechte Neuigkeiten. Rojda, das Rester ist immer noch im Irak und kämpft dort in der kurdischen Miliz. Ui, ui, ui. Was haben wir noch, so? Ja. Ich glaube, der Rest... Haben wir doch noch einen? Ich bin mir nicht so sicher. Hast du was entdeckt, was noch nach was Großen... Nein. Der eine, den hat mir da irgendwie mal getippt. Hier, Erdmännchen und Mondrakete oder so. Hat auch irgendjemand gefallen. Ja, aber... Sweat läuft noch an. Alalalalum. Komm, Mann. Tragik-Komöte. Wir sind so nah dran am Original hier. Ja, nee, ich glaube, das war es dann mit den Neustarts soweit. News und Trailer haben wir diesmal nicht. Alles, was ich so finde, das poste ich meistens dann gleich in der Kinocast-Facebook-Gruppe. Leite ich dort weiter, die neuen Trailer. Ah, da kam jetzt letzte Woche nicht so viel Neues. Dann kommen wir gleich mal zu den Serien und werden gleich mal über die neue Folge von Loki sprechen. Serien. Achtung, Spoiler. Wir starten halt direkt mit Spoiler. Ja, klar, oder? Da haben wir noch nicht viel außenrum zu erzählen hier, oder? Das ist mal gleich... Also langsam geht es aufs Ende zu hier, oder? Ja. Ja, für große Schritte. Es kommt ja noch eine Folge. Alter. Meine Güte. Also Loki ist... Also... Ist nicht ganz tot. Aber das ist ja das, was ich mir gedacht habe, dass sie alle, die so eben... Wie nennen die das? Gestutzt werden, an einen und denselben Ort kommen. Und das ist halt das Ende der Zeit. Und das ist sehr spannend gemacht, finde ich. Oder? Ja. Das Ende der Zeit irgendwie. Das war für mich jetzt nicht so richtig greifbar mit meinem Physik-Leistungskurs. Und... Weil Zeit geht ja immer vorwärts. Gibt's kein Ende, aber... Jetzt kommt der mit Physik-Leistungskurs hin. Ja, nee, es war schon nett gemacht. Die Idee, dass dann auch so ein Monster ist, was dann irgendwie alles auffrisst da. Und quasi alle, die dort landen, selbst dieser, was war das, Flugzeugträger oder so... Nee, dieses Schiff, was dann plötzlich da strandet in dieser Welle und dann plötzlich... Puh, da eingesaugt wird. Und Mobius, ne? Ja. Ja. Die kommen mit einem Witzer-Auto angefahren. Wo die sich dann in dem riesigen Nichts trotzdem finden, ne? Ja, das ist schon gut. Das ist riesig in New York, aber... Naja, ist schon krass einfach. Also die Richtung, in die es einfach geht, ist total krass. Und wie es sich immer noch weiterspinnt und weiterentwickelt. Und auch hier wieder die Grenzen zwischen, wer ist jetzt eigentlich der Böse, wer ist der Gute, wer will eigentlich was und wie. Und überhaupt, oh mein Gott, ich will es einfach zu Ende sehen. Ja. Gebt mir mehr. Ich will jetzt wissen, wer dahinter steigt und wer in diesem komischen, mystischen Schloss jetzt hockt. Oder Burg oder was auch immer das war. Ihr habt ja das eigentlich... Es gab ja die Szene, wo da dann dieser Vault ist, wo die alle drin, wo die da drin wohnen. Und so. Und dann kommen ja noch die anderen. Und dann macht er die Kamera mal so ein Schwenk nach unten. Und man sah in so einem Glas, sah man ein Tor, der mit seinem Hammer irgendwie gegen das Glas geschlagen hat. Irgendwie so ein kleiner Tor. Habt ihr das mitbekommen? Doch, da war was. Aber... Ich hab extra nochmal zurückgeschrieben, hä, Moment mal, da hat sich doch gerade was bewegt. Und da hab ich gedacht, was soll das denn jetzt sein? Hatte das eine tiefere Bedeutung? Ja, das frag ich ja. Naja, aber du musst aber überlegen, wenn du die ganzen verschiedenen Lokis siehst und auch denen ihre Geschichte mit... Der eine sagt, ja, ich hab Tor getötet und deswegen bin ich jetzt der King und so. Vielleicht gehörte das einfach nur zu einer der verschiedenen Loki-Varianten, zu der eigentlichen Geschichte. Naja, das war ja der eine kleine Loki, der hat Tor getötet. Ich hab meinen Bruder getötet. Ja, aber wie gesagt, genau, vielleicht gehört diese Kugel, was jetzt Erik gesagt hat, wo da ein Tor drin war. Nee, keine Kugel, wie so ein Glas, wie so ein Marmeladenglas, also der war irgendwie sehr klein. Ah, doch, 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 ja, stimmt, ich erinnere mich. Der hat dann so dagegen gehämmert, ding, 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 und da dachte ich, was ist denn das? Bin doch mal zurückgesprüht, ne? Weil das war irgendwie so unter der Erde, so wie begraben oder so, so ein Glas. Das war eigentlich voll seltsam. Ja, vielleicht hat es zu irgendeiner dieser Geschichten gehört. Ja, wahrscheinlich wird es dann irgendwann mal in zig Jahren, denkst du schon nicht mehr dran, da kommt, ah, übrigens, das hier, ja, wir haben jetzt hier... Erinnert ihr noch an diese kleine Szene? Miniatur-Tor oder so, keine Ahnung, oder irgendein... Wird geschrumpft. Ein Tor wird, ja genau, Hilfe, ich hab Tor geschrumpft, Teil 3. Hilfe, ich habe mein Tor geschrumpft. Das fand ich irgendwie sehr, sehr komisch, aber dann war cool. Wie diese, diese anderen Lokis, die sich alle gegenseitig übers Ohr gehauen haben, so, wo die da eingedrungen sind, so. So, ja, ey, ne, ich wollte doch jetzt hier König sein, ey, ich. Das ist irgendwie so. Ja, nein. Ja. Und dann ist Kroko, der so einen Arm abbeißt und blieb ja plupp. Ja, das Krokodil war auch lustig. Kroko-Loki. Das Krokodil war super. Kroko-Loki. Genau, nicht drüber erzählen, nicht fragen. Ne, ist schon cool. Also wie gesagt, ich möchte echt wissen, wie es weitergeht und... Pah. Ja. Ich hab jetzt hier gerade was... Ja, vor allem, wo das alles hinführt, ja. Ich poste hier mal einen Link, da könnt ihr mal nebenbei gucken. Ähm, genau, also da waren wieder so viele Sachen drin, also wenn man hier nicht so diverse Seiten ein bisschen trackt, wo so, wo so auf die Easter Eggs irgendwie hingewiesen wird, dann ist man da echt verloren. Da ist so viel drin versteckt auch, was man gar nicht so beim ersten Sehen mitbekommt, wie mit diesem Loki oder so. Und, ähm, das fand ich irgendwie... Ist da hier auch das mit drin bei dem Link mit dem Loki? Ja, doch, hier die 7. Wo paustest du denn den Link? In unserem Dokument. Rechts neben Loki. Ah, da. Ähm, da Punkt 7 ist das mit dem Loki. Das ist mir ja gleich aufgefallen. Ja, ist denn das hier? Bing, bing, bing. Weil da war erst Loki, äh, Thor's Hammer. Und dann ein bisschen tiefer hat er dann irgendwas gegen so ein Glas geschlagen. Das sah aus wie... Ja, wie irgendwie ein... Ich weiß nicht, wie wenn man so ein, ähm, so ein Glas hat, wo dann irgendein Tier drin ist oder so. Genau. Tiny Frog, Thor Yelling. Hm. Na ja, auf jeden Fall. Coole Folge. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt noch irgendwie weitergeht, was sich dahinter verbirgt, hinter diesem Rauchmonster, was sie da jetzt freigelegt haben und so. Ja. Ihr lest jetzt alle die Seide, ich merke schon. Entschuldigung. Ja. Ähm, ja, die haben da wieder sehr, sehr schöne Settings auch gemacht, finde ich. Ich fand das schon ganz nice gemacht. Und auch das auch, und auch dann, als sie gegen dieses Rauchmonster oder Unwettermonster da kämpfen und dann, ähm, sie sagt zu ihm, du kannst das. Du bist auch ein Loki und dann schafft er das. Und das bedeutet halt auch, dass irgendwie alle doch ähnliche Fähigkeiten haben, nur sie wissen es einfach nicht. Und dann schaffen sie es ja doch, dieses Monster zu durchbrechen und dann ist halt diese, diese Burg oder dieses Schloss und ich möchte wissen, was ist da drin? Ich hoffe ja irgendwie, ich hoffe ja irgendwie, dass da die Leute von, von, äh, Dr. Strange, diese Zeitmagier da drin hocken. Ah, das kann natürlich sein, ja. Das würde ja passen. Ja. Chris, bist du noch da? Ich bin gespannt. Ah ja. Ich bin noch da, ich bin entsetzt über all die, die Sachen, die da versteckt sind. Ja. Okay, ich dachte schon, du bist, bist weg. Nee, ähm, okay. Ja, da ist einiges drin, ne, bis hin zu Ghostbusters-Referenz und so. Und, äh, ja, dass der Hubschrauber Thanos heißt, der da gestrandet war, den habe ich auch schon gesehen. Ja, das habe ich auch gesehen. Aber die restlichen Sachen habe ich alle nicht mitbekommen, die hier so drin stehen. Und, das ist schon ganz witzig. Ich werde den Link mal mit posten hier in den Shownotes. Ähm, bitte erst klicken, nachdem ihr die Folge gesehen habt, weil sonst verderbt euch da vielleicht doch einiges, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und, ähm, ja, auch, da ist alles Mögliche drin. Ähm, okay, dann freuen wir uns mal auf die finale Episode jetzt am Mittwoch. Mal gucken, was da dann so passiert. Und wie geht es denn eigentlich weiter mit dem Marvel-Universum? Was kommt denn als nächstes? Ähm, ich glaube, als nächstes kommt das Marvel's What If. Äh, das ist eine Animations-Serie, ne? Ja, das ist eine Animations-Serie, Anime-Serie mit dem, mit eben der Frage, was wäre, wenn? Und dann gibt es schon den ersten Trailer. Ja. Und dieser, dieser erste Trailer sieht so unfassbar verrückt aus. Ähm, also da werden halt mögliche Story-Linien aufgemacht. Ähm, zum Beispiel, was wäre, wenn nicht, ähm, Steve Rogers Captain America geworden wäre, sondern, ähm, äh, die Agent Carter wäre Captain America geworden. Und dann wäre es halt Captain Carter. Und, äh, lauter solche Geschichten. Äh, ja, ich bin gespannt. Wobei ich jetzt nach dem, nach dem Trailer bin ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so sehr gehypt. Den hat, hat ja auch irgendjemand auf Twitter, glaube ich, geteilt oder so, ne? Irgendwie kam das da oder irgendwo, wo war das? Hast du mir den weitergeleitet? Ja. Irgendein Hörer hat uns doch... Ich hab den, ich hab den auf jeden Fall weitergeleitet. Ach nee, du... Ich hab den auch in der Story gepostet. Ja, irgendein Hörer hatte den, glaube ich, geteilt. Dann hast du nur geschrieben, ja, hast du Bock drauf? Und da hab ich auch reingeguckt und wo ich dachte... Ja, der Sören, genau, der Sören hat das, äh, der Sören hat das, äh, der hat uns verlinkt bei Twitter. Ja. Ja, na, guck mal auf jeden Fall mal rein. Wenn ich jetzt den Link noch irgendwie extrahieren kann, dann wär ich, äh, den auch mit verlinkt in den Shownotes. Und dann sind wir ja eigentlich schon bei der Rätselecke hier angekommen. Rätselecke. Das Kreuzchen steht bei mir. War ich nicht erst dran? Egal. Kann auch reinmachen. Nee, du hast gewonnen letzte Woche. Oder du hast nicht gewonnen? Kann auch, ich weiß nicht mehr. Ähm, dann kriegt ihr auf jeden Fall ein Rätsel. Was nehmen wir gerade auf? Äh, wir nehmen Kinocast auf. Nicht, nicht Pausentee. Ah, okay, okay, erst mal. Okay, nein, nein, dann zieh ich nochmal schnell in die Hose. Entschuldigung. Wieso, hast du bei Pausentee, macht ihr auch ein Rätsel jetzt, oder? Egal, egal, machen wir bitte weiter. Ihr macht Rätsel und Spotify-Liste und alles wirklich, äh, wo muss ich denn... Woher haben die das? Video, Video-Podcast machen die eigentlich aber jetzt. Oh, Video. Okay, nein, jetzt auf, jetzt Rätsel. Also... Harry Potter, ich hab gewonnen. Pass auf. Äh, nein. Ähm, welcher aus späterer Hollywood-Star hatte in der Zurück in die Zukunft-Reihe seine erste Filmrolle? Also ich rede jetzt nicht von den Hauptfiguren, die wir alle kennen. Nebenfiguren. Stell die Frage bitte nochmal. Welcher spätere Hollywood-Star hatte in der Zurück in die Zukunft-Reihe seine erste Filmrolle? Ja, 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 ja. Äh. Das muss ja irgendein Teenager oder ein Kind gewesen sein. War das eine Frage? Der Film ist schon relativ alt. Nein, es war ein lautes Denken. Ja, okay. Oh Gott, ich glaube, ich weiß das. Müssen wir jetzt Fragen stellen. Und die Person, äh, neutral, männlich oder weiblich, hat auch in einem, oder in mehreren Oscar-prämierten Filmen mitgespielt später. Handelt es sich um einen Mann? Ja. Gut. Ähm, handelt es sich um einen Mann, der inzwischen älter ist wie 60? Boah. Äh, nein. Okay. Ähm, ich kriege hier noch Rechen, Rechenfragen gestellt hier. Ich habe mich angefahren gegeben. Wie war er in allen drei Teilen zu sehen? Ähm, ich glaube nicht, nein. Ich sage immer nein. Hm. Ich, oh Gott, ich habe was im Kopf dazu. Mei, die Fresse. Also ich sage mal so, ich weiß es mit Sicherheit von, von einem Teil, wo er auf jeden Fall mitgespielt hat. Kann natürlich sein, dass er irgendwo vielleicht ganz im Hintergrund irgendwo einen Credit gekriegt hat, aber keine Sprechrolle hatte und nix und irgendwo möchte ich nicht ausschließen. Ich bin gleich dran. Okay, das ist dran. Entschuldigung. Ich überlege immer noch, ähm, ein jetziger Oscar-Kandidat. Nee, also Filme, in denen er mitgespielt hat, Oscars gewonnen. Er hat einen Oscar gewonnen. Okay. Oh, ich sehe gerade, der hat sogar Verbindung zu Star Wars. Oh, guck mal. Guck mal. Kenne ich den Schauspieler? Ach, mit Sicherheit. Ähm. Das war also ein Ja, ne? Ja. Nochmal fürs Protokoll. Ja. Ich hau jetzt irgendwelchen Namen raus. Ich hau jetzt den Namen raus. Doch, warum denn nicht? Willst du jetzt alle Schauspieler durchgehen, die irgendwie, das wird doch nix. Okay, anders, anders. Hat die Person relativ in der näheren Vergangenheit einen Oscar für den Film gekriegt? Oder ist dieser Oscar schon länger her? Ist der Oscar schon länger her? Ja, also er hat ja in mehreren Filmen mitgespielt, die Oscars für irgendwas bekommen haben. Jetzt muss ich mal gucken, was war denn da der Letzte, der einen Oscar bekommen hat? Ach, du stellst mich hier vor Aufgaben. Ja. Wenn ich das langweilig bin. Ähm. Das war keine. Was meinst du jetzt? Also nenn mal einen Zeitrahmen. Naja, aber hat er in den letzten fünf Jahren einen Film mitgespielt, wo er einen Oscar gewonnen hat oder davor? Also nein. Okay. Also der Oscar für den Film, in dem er mitgespielt hat, war vor fünf Jahren. Also länger als fünf Jahre her. War das eine Filmreihe? Ach nee, ich bin ja gar nicht dran. Resistran. Also er hatte keine, keine wirkliche Hauptrolle, er war eher so ein Sidekick oder sowas. In zurück in Zukunft? Ja, ja, absolut neben, neben Charakter. Aber man konnte ihn kurz sehen und es war seine erste Credit-Rolle, ja. Oh Gott. Also ich würde mich da nicht so sehr dran festhalten. Ich glaube nicht, dass du den da erkannt hast. Versuch lieber über die anderen Sachen. Ich finde es halt schwierig, weil es gibt ja wirklich Leute, die... Ja, Entschuldigung. Die Frage von der Kate war sehr gut, die sie nicht gestellt hat. Weil sie nicht dran war. Frag sie doch nochmal. Nee, du bist dran. Oh Gott, ich kriege es nicht mehr zusammen. Ich habe was im Kopf, aber ich komme nicht drauf. Ich finde es halt schwierig, weil in solchen Filmen findet man ja ganz oft Leute, die man irgendwo mal gesehen hat. Ich habe da letztens irgendeinen Film gesehen, wo ich gedacht habe, what the fuck, ist das Josh Hartnett? Und dann war das Josh Hartnett. Das war auch eine seiner ersten Credit-Filme. Wo ich mir auch gedacht habe, krass. Deswegen, ich... Boah, keine Ahnung. Also meine ursprüngliche Frage war, der Film, für den er einen Oscar gewonnen hat, war das Teil einer Filmreihe? Ja. Dann weiß ich es, glaube ich. Ja, du bist ja dran. Du kannst ja weiterfragen, oder? Ich erinnere mich, also es gibt in, glaube ich, in... Ist das im zweiten Teil von Zurück in die Zukunft? Gibt es so einen Jungen, der ein Videospiel spielt? Oder in so einem Arcade-Automatisch? Ich weiß es nicht mehr genau. Und ich meine... Ach, das war doch einer aus dem, aus den Herr-der-Ringe-Filmen. Bin ich nah dran? Musst du, ich stelle eine Frage, dann sage ich ja oder nein. Okay. Hat der Schauspieler bei den Herr-der-Ringe-Filmen gespielt? Ja. Wobei ich mal fragen könnte, wer nicht. Ja, aber okay. Ich habe... Ey, keine Ahnung, ich mag den, glaube ich, nicht mal. Das ist... Das war ein Jahr. Scheiße, ich bin immer noch dran. Scheiße, ich habe gar keinen Plan mehr. Ich bin völlig raus gerade. Doch, Chris, überleg doch. Da gibt es doch diese eine Szene, wo der... Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß, wer ist denn der Mann zurück? Ja, ich weiß, wer ist denn der Mann zurück? Ja, ich weiß nicht. Und ich weiß nicht, ob es ein Arcade-Automat oder ein Computerspiel, ich weiß es nicht mehr. Und ich habe mir immer gedacht, ist das nicht der? Aber ich weiß nicht, aber ich habe nie nachgeguckt. Aber ich komme nicht auf den Namen. Von Herr der Ringe. Ja, fang doch mal an. Wie heißt denn der? Es ist ein Main-Character von Herr der Ringe. Ja. Es ist Frodo. Ja. Oh, und wer spielt der? Wer wird von Frodo gespielt? Ich mag den nicht. Wie heißt der Schauspieler, Chris? Elijah Wood. Elijah Wood? Ist es Elijah Wood? Das zählt trotzdem Kate als gelöst. Jawohl, das ist richtig. Ist denn das echt? Ich muss nachgucken. Oh Gott. Ach so, keinen Scheiß erzählst du dir. Jetzt. Wo habe ich das? Hier ist Applaus. Das Vertrauen in Erik ist so unendlich immer. Das ist so schön. Applaus. Genau, es war sogar die Szene am Arcade-Automaten. Damals war Elijah Wood acht Jahre alt. Und Marty hat ihm quasi gezeigt, wie er das eigene Spiel spielen kann. Man möge sich erinnern. Oh Gott, sieht der da jung aus? Sehr gut. Ich wusste, ich kenne den irgendwoher. Ich habe sogar noch eins für Zurück in die Zukunft irgendwann. Sehr gut. Was wäre denn heute überhaupt meine Schätzfrage gewesen? Ach so, die kann ich aufheben. Ha, eine Penisfrage. Die hebe ich mir auf, eine Schätzfrage. Ach nee. Die hebe ich mir auf. Eine Penisschätzfrage. Eine Penisschätzfrage, jawohl. Seid gespannt, wenn ich wieder mal dran will. Willst du nicht wissen? Dann gibt es eine Penisschätzfrage. Ich will es, glaube ich, nicht wissen. Ach, die ist ganz witzig. Aber jetzt direkt rüber zu den Musiktipps für unsere Spotify-Playliste vom Kinocast. Musik. Ihr zwei packt Sachen drauf von dem Film, sehe ich hier. Ich habe mir von Black Widow ausgesucht. Ich habe mir ausgesucht. Alles klar, bitte. Erst will immer gar keiner und dann alle auf einmal. Ich habe mir von Black Widow ausgesucht. Don McLean, American Pie. Und ich habe Malia J. mit Smells like a teen spirit. Und ich habe was, was ich auf einem Online-Radio gehört habe. Und da habe ich mich gleich dran erinnert, weil das hatte ich früher bei meiner Mama. Die hat so einen Tonband-Rekorder gehabt. Da lief das manchmal. Von Hazy Osterwald. Kriminal Tango. Uraltes deutsches Lied. Deutscher Schlager, würde ich fast sagen. Kriminal Tango. Ja, du kennst es sogar. In der Taverne. In der Taverne. Oh, jetzt müssen wir aufpassen mit GEMA. Wir sind so nah dran. Ja, es geht übrigens weiter mit dunklen Gestalten. Rote Laternen. Und rotes Licht. Und sie tanzen ein... Und sie tanzen ein Tango. Kennst du das? Sehr schön. Jackie Braud und Becky Miller. Viel unterschiedlicher kann unser Musik-Typ diese Woche nicht sein. Ja, ihr habt ja schon die zwei aus dem Film genommen. Kommentare zu den vergangenen Folgen gab es nicht, aber die sind sehr gut gelaufen. Habe ich gesehen mit Downloads und Spotify und so weiter. Also schöne Grüße an alle, die uns hören. Ihr könnt gerne mal einen Kommentar da lassen. Aber auf... Ich glaube auf Twitter gab es ein bisschen Reaktion. Also zum einen das, was wir schon erwähnt hatten vom Sören, glaube ich. Und ich scrolle mal runter. Gab es da noch was? Nee, gab es nix. Alle noch mal wahrscheinlich im Fußball-Fieber und so. Keine Zeit zum Kommentar schreiben. VfB spielt doch gar nicht. Doch, hat gespielt. Hat gespielt. Gegen St. Gallen. Testspiel. Alle Tore von Hamadi Al-Ghadoui. Sehr gut. Okay, dann vielen Dank fürs Mitmachen euch beiden. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Tschüss. Bis bald im Kinocast. Tschüss. 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 Tschüss.